Wer heißt du, Jungemann? Dennis. Dennis. Bist aber Deutscher? Natürlich. Boah. Dennis, ist der Frau? Ja, muss ich gucke. Ja, ja. Brutale. Das ist Mann. Ajo, heute ist es noch. Mal gucke, wie es weitergeht. Wie heißt die Frau? Peggy. Peggy. Okay. Bist aus Russen? Türkin? Nee. Also Peggy und? Dennis. Ja, ich wollte es wissen, ob es weiß. Dennis, weiß ich, warum ich dich anspreche? Es ist so, wenn man 16 Jahre auf Tour ist, dann kennt man so seine Zuschauer. Und seit ich auf der Bühne bin, du siehst das Weg ist, spreche ich direkt an. In deinem Gesicht sehe ich schon was für eine Frage. Du hast schon die ganze Zeit. Ich beantworte die Frage jetzt und dann ist es aber gut. Okay, Dennis? 26 Zentimeter. Was ist los? Mannen? Hey, das meinte ich. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Vielen Dank.